Jöö, weiter geht's! Huch, was bin ich denn hier? Leih. Ja, merkwürdige Sachen passieren hier. Ich glaube, wir werden sterben. Oder was? Ach, hier sind ja auch noch Sachen drin. Meine Güte, wie viel Schrott wir überall gesammelt haben. Ich weiß noch, neun Diamanten. Läuft. Eine super finstere Nacht ist über uns herein gebrochen. Ja, es liegt ja auch daran, es regnet. Deswegen ist unsere Nachtlicht dunkel. Jo, ich wollte schon sagen, was geht ab hier. Würde ich sagen, gehen wir mal pennen, ne? Unser Eisengolem passt ja auf. Also dann. Miau. Ach, so, schon besser. Boing. Und da ist es wieder hell. Und schön. Schauen wir mal. Könnten ja mal. Ja, brenn ruhig. Mal schauen, was da unten abgeht. Ist ja auch nicht gesund da. Du Huren, bock, du erbärmlicher, du. Toll. Was ist das bitte für eine Sprengkraft gewesen? Hallo? Hallo? Guckt euch das mal an. Ey. Nee. 30. Pff. Hallo? Uuuuuh. Uuuuuh. Irgendwie hat es ja schon eine Struktur, ne? Scheißverdammter Creeper. Na ja, schönen Eingang. Aber halt doch mal die Fresse. Warum sag ich so was? Keine Ahnung. Ja, ey. Äh. Uuuuh. Ne? Was ist das bitte für ein Loch? Was passieren hier für Sachen? Ist doch nicht normal. Ein kleines Loch ist doch normal, aber nicht so eins hier. Uuuuuh. Muss man hier den Platz machen, ey. Wenn man hier auch mal in Ruhe runtergehen kann. Ich höre die ganze Zeit komische Sachen. Nicht, dass da unten ne böse Überraschung auf uns wartet. Hab ich den hier hingepackt? Den berühr ich den. Ja, den benutze ich jetzt lieber mal nicht. Oh. Fortgeschrittene Dunkelheit. Das ist keine normale Dunkelheit. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Wieso hab ich die Diamanten hier gelassen? Jetzt hab ich auch keine Bewohnsamkeit dabei. Mein Gott, hier hab ich mich doof und dämlich gebaut, ey. Aber diese Dunkelheit ist genial. Brutal. Stirb, du verreckendes Stück Scheiße. Du Fehlgeburt, du Bastard. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich will hier wieder raus. Aber ganz schnell. Wo ist der Ausgang? Da. Oh mein Gott. Suizidgefährdet, wenn HeroBline hier wirklich rumrannt noch, ne? Dann haben wir Probleme. Jetzt müsste da Lava runterkommen. Hohohoho. Mäh. Wie ist ne Höhle? Geht nach unten. Ah, du Bastard, schon wieder. Schwimm. Ah, was zur Hölle? Meine Güte. Was geht denn ab hier? Ich will wissen, was da ist. Fackeln. Hier waren wir mal. Hä? Haben wir das übersehen? Ich mag mich daran erinnern. Irgendwie so. Guckt er hier aus so einer schwarzen... Ecke. Gehen wir nicht, noch nicht. Ne, wir haben zu wenig Fackeln dabei. Um das jetzt zu erkunden hier. Mach hier extra wieder düster, damit wir... ...nicht denken, dass wir hier schon mal drin waren. Komisch. Meine Fresse, ey. Oh, lauter geht's nicht. Was ist los hier? Was seid ihr, hä? Was ist los hier? Muss noch hier irgendwo sein. Ich hör die doch. Ey, ich werd bekloppt mit euch. Jetzt suche ich die... Da muss eine Höhle sein. Ach so. Oh ja, direkt zwei. Leckt mich. Ist ja richtig lustig hier. Könnt mich mal. Na ja, ich mach jetzt erstmal Schluss, weil ich in der nächsten... Ich brauch jetzt Abwechslung. Werde ich mal was ändern in der nächsten Folge. Ich werd langsam verrückt hier durch die Playlist allein schon. Die Musik die ganze Zeit, dann diese komischen Dinge manchmal. Gut. Ey, da haben wir ja einen Ofen. Heimversteckt. Oh Gott, vom Kuchen essen. Der uralte Kuchen. Oh, da ist nur Braut. Es wird schon wieder düster. Perfekt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Mäu!